Der Anfang macht immer eine gute Planung. Es gibt viele Leute, die ein paar Sachen vergessen, keine Reserven einbauen und darum ist es wichtig, dass man eine Checkliste macht, alles durchplanen und für jeden Kostenpunkt einen Budgetpunkt dort einrechnen. Dazu kommt aber auch, dass der Kunde meistens teufere Preise haben möchte und der Architekt, der Handler, Geld verdienen, damit die Preise etwas höher sind. Das gibt natürlich einen Zielkonflikt, der nicht immer einfach zu bewältigen ist. Der wichtigste Punkt während der Bauphase ist, dass man keinen Sonderwünsch mehr anbringt. In der Planungsphase sollte man eigentlich alles einbringen, was man möchte. Jede Projektänderung, jede Planänderung ist mit Planungskosten, mit Handwerkerkosten verbunden und das kostet meistens ein X-Fachs, als wenn man es direkt am Anfang dorthin plant. In den meisten Fällen muss man zuerst ermitteln, wie die finanzielle Lage des Kunden ist. Das heisst, sind Reserven vorhanden, kann man sich mehr Kosten überhaupt leisten. Je knapper es ist, umso eher muss man sich absichern, das heisst beispielsweise mehr einen Fixpreis bauen oder einen Bauherrenberater nehmen, der auf seiner Seite arbeitet und schaut, dass die Kosten nicht aus dem Ruder laufen. Klar haben wir auch Immobiliexperten bei uns im Haus, die beurteilen können, ob die Kosten korrekt sind oder ob es Anpassungen braucht. Nein, aber Niederenberatung ist mit dem Ruder und den Moment aus dem Ruder Bösen. Schnellt sich, wenn ich anstrengere, dass die Aufmerksamkeit sind. Schnellt sich, wenn ich anstrengere, dass die subsidy aus der Grunde,